Ey, das ist... Okay, ich werde immer besser, aber... Hä? Das ist echt schwer. Also... Oh, komm! Rede! Ey, wann habe ich geschüttelt? Verpasst er den welche, ey? Ich will mit denen reden und er verpasst den Schläge. Also. Oh, so eine Kacke, ne? Schon wieder. Scheiße, drei Stück. Oh, ich könnte mal nur so erdrücken. Wenn der hier wäre, hätte ich schon nicht den Koffer berissen. Okay, noch eine Runde. Oh, shit. Immer besser. Inzwischen gibt es eine Technik dafür, ich weiß. Ich habe aber keine Ahnung. Ich bin Mario-Profi und... Ich mache das einfach so... Spontan. Irgendwie. Ja! Boah! Heftig. Eine Sekunde noch gehabt. Gebt mir den scheiß Power-Stern. Den versteckten Power-Stern. Upsa. Jo, das haben wir... Mal so nebenbei gemacht. Den Power-Stern. Ein paar versteckten... Falls jemand den sucht. Ich habe ihn gefunden. Ja. 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 So. So, ach ja, wie gesagt, die Feuerblume hat gefehlt, jetzt habe ich die auch noch. Jetzt habe ich die auch gekriegt. Habe ich doch recht gehabt, ich Mario Profi. Da sieht man mal, wie ich ein Profi bin, ich bin ein Mario. Ich kenne mich aus wie jemand weiß ich wer. So, jetzt müssen wir aber mal den Hauptstern holen, der eigentlich gesucht wird. Der wirre Weltraumspaziergang. Das ist jetzt unbequem, ich muss mich mal umsetzen. So, okay. Dann mal los hier. So. Komm, kein Scheiß. So eine Scheiße. Komm, ey, ich habe doch den Scheiß trick gemacht. Hier, ich habe mich geduckt. Jetzt dreht sich alles um, hm? Komm. Komm, 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 da schaffst du. Bin ich überhaupt richtig? Ja, bin ich. Glaube ich. Shit. Ey, komm, ist gut, ey. Gott. Riese, lass mal. Nein. Boah. Nein. So weit wollte ich gar nicht springen. Also, ein bisschen schwer ist, ist schon ein bisschen. Verdammte Kacke. Fuck, egal, ich kriege den. Oh, fick dich doch. Ey. Ja, sauber, ey. Zum Glück habe ich nicht so viel Leben, ey. Also, das war jetzt ein bisschen Kacke. Aber ich habe den trotzdem gekriegt. Also, wen juckt's? Ich, Hauptsache, ich habe den Stern gekriegt. So. Mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Andere Welt. Galaxie. Kugel, Ding ist da. Galaxie. Galaxie komplett schon bei zwei Sternen. So, wir springen auf den Knopf. Und gehen hier hin. Schlingersand. Okay. Fliegen, zwei Sterne und eine Kometen-Münze gibt es hier. Die Riesenfalle des Sandolms. 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 Warte. Mhm. Ein Gegner wieder. Und ein Boss. Bam. Du bist da. Nein. Es gibt's nicht, ne. Echt. Fällt jedes Mal da runter. Manchmal echt trifft voll mein Nerv, die Kacke hier, ey. So. Und vorbei. So. So, jetzt das hier wieder. So. Oh shit. Der musste mich natürlich total treffen. Boah. Das war jetzt voll nicht gewollt, aber ich habe es trotzdem geschafft. Das war jetzt voll. Na komm. Mach die Scheiße. So, wo sind wir hier? Zum Glück gibt es diesen Sprung, genau. Schon wieder der Vogel da. So, wo haben wir den Mönster. Oh, die leben Bomben. Die rollen überhaupt nicht zu. Feuerblume. Das ist ein dicker Witz. Das ist so witzig. Ich hatte 99 Leben, korrekt. Schon wieder alles von neu. Wow. Einfach mal springen. Und einfach mal laufen. Laufen. Na. Und. Wow. Fast den Arsch wirbrennen. Einfach geradeaus. Ah. Einer musste ihn treffen. So. Jetzt sind wir wieder da.